Wenn Sie mehrere Einheiten selektieren, können Sie eine Formation bilden, indem Sie das Formationssymbol anklicken. Die Einheiten bilden dann eine Formation, so wie sie momentan angeordnet sind. Wahrscheinlich werden Sie aber die komfortable Funktion für Standardformationen bevorzugen. Sobald Sie eine Formation gebildet haben, erscheinen drei weitere Symbole für die drei Standardformationen. Kreis, Halbkreis und Reihenformation. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf dem Weg. Verstanden. Alles klar. Okay, das war's schon mit der Info. Gehen wir zur nächsten. Sie können eigenen Einheiten den Befehl geben, jemandem zu folgen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich mit anderen Einheiten in der Verfolgerperspektive bewegen wollen. Selektieren Sie dazu die entsprechenden Einheiten. Drücken Sie dann die Shift-Taste und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ziel. Also zum Beispiel Ihren Avatar, dem die Einheiten folgen sollen. Ja, das ist der Folgenbefehl. Mal gucken, was hat die Statue zu sagen. Sie können bereits verwendete Pläne von Gebäuden und Einheiten, sowie Zaubersprüche in Ihrem Zauberbuch und auch gelernte Zaubersprüche im Zaubergedächtnis zu einem beliebigen Zeitpunkt umsortieren. Dazu öffnen Sie Ihr Inventar und klicken zum Beispiel erst einen Zauberspruch an und dann den zweiten. Da die Gebäude und Zaubersprüche in der Aktionsleiste in der gleichen Reihenfolge angezeigt werden, kann dies für Ihre Übersicht nützlich sein. Alles klar. Zu Befehl. Bereit für den Kampf. Herstanden. Die Rohstoffe in Spellforce regenerieren sich mit der Zeit. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, an einer erschöpften Armeerquelle oder an einem abgebauten Erzvorkommen einen oder zwei Handwerker zu belassen. Herstanden. Herstanden. Ja, das wollte ich eigentlich auch mal erwähnen, aber das Tutorial hat mir das jetzt erspart. Vorsicht, Sie sind hier! Nämlich, dass die Vorkommen hier eigentlich unerschöpflich sind, außer Bäume und Nahrung. Also tierische Nahrung hauptsächlich. Die Rune befiehlt. Alles klar. Die mächtigste Kampfeinheit, die Sie beherrschen können, sind die Titanen. Jede Aufbau-Rasse verfügt über einen eigenen Titan. Um den Titan zu erschaffen, müssen Sie zunächst das große Haupthaus der entsprechenden Rasse errichten. Sie können von einer Rasse nur einen Titan gleichzeitig haben. Ja, da wurden Titanen, also die Super-Einheiten erwähnt, die wir später dann auch sehen und benutzen werden. Und hier ist Sackgasse. Das heißt, wir müssen mit unserer Armee umkehren, während wir uns den Rest hier anhören. Außer mit Menschen können Sie auf der hellen Seite auch mit Elfen und Zwergen Städte errichten. Auf der dunklen Seite stehen Ihnen Orks, Trolle und Dunkelelfen zur Verfügung. In Spellforce können Sie oft mit mehreren Rassen gleichzeitig eine Stadt errichten. Wenn Sie sich für eine helle und eine dunkle Rasse gleichzeitig entscheiden, müssen Sie darauf achten, dass sich die Armeen nicht begegnen. Ja, weil sie sich bekämpfen untereinander. Die Rohstoffvorräte der dunklen und der hellen Rassen sind getrennt. Untereinander teilen die hellen Rassen ihre Rohstoffe, ebenso die dunklen Rassen. Bei dem normalen Gehe-zu-Kommando werden Feinde unterwegs ignoriert. Ihre Einheiten verteidigen sich erst am Zielort. Sie können die Steuerung-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten das Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben. In diesem Fall werden Feinde auf dem Weg angegriffen. Vorsicht, Sie sind hier! Feindkontakt! Ja, ist gut, dass wir das jetzt erfahren haben. Weil hier können wir es gerade gut gebrauchen, das Angriffskommando, also die Angriffsbewegung. So, die Statue als nächstes und dann die beiden noch und dann geht's oben lang. Bleibt standhaft! Oh Mann, hier sind noch viele Statuen. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann patrouillieren Ihre Einheiten zwischen dem aktuellen Standort und dem Zielort. Wenn Sie mehrere Punkte angeben, dann werden diese nacheinander vorwärts und rückwärts abgelaufen, wobei dann der aktuelle Standort nicht mehr berücksichtigt wird. Wird sofort ausgeführt! Auf einer Patrouille greifen Ihre Einheiten jeden Feind in Sichtweite an. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann können Sie Wegpunkte festlegen, die nacheinander abgelaufen werden sollen. Feindlicher Angriff! Am letzten Wegpunkt bleiben die Einheiten stehen. Mit dieser Methode können Sie eigene Einheiten um ein feindliches Lager herumschicken, ohne ständig neue Richtungsangaben geben zu müssen. Erwarte euer Kommando! Unverzüglich! Alles klar! Wenn Sie ein Gebäude vor dem Platzieren drehen wollen, halten Sie die Steuerung-Taste gedrückt und verwenden Sie danach die Tasten Entfernen und Ende, um das Gebäude links oder rechts herum zu drehen. Zu Diensten! Verfügt immer nicht! Habe verstanden! Ja, es geht auch mit dem Mausrad. Das Drehen. Auf geht's! Wenn Sie die Steuerung-Taste gedrückt halten und eine Einheit selektieren, dann werden alle anderen Einheiten dieses Typs in der Umgebung ebenso selektiert. Verstanden! Diese Funktion kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Erwarte euer Kommando! Unverzüglich! Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eine oder mehrere Einheiten selektieren, dann werden diese Einheiten der aktuellen Selektion hinzugefügt oder von ihr entfernt. Diese Funktion kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt! Einige Zaubersprüche erlauben das Herbeirufen von sogenannten Dienern, die dem Magier treu ergeben sind und ihn im Kampf unterstützen. Ein Magier kann auch mehrere Diener gleichzeitig herbeirufen. Diese Diener kosten den Magier allerdings dauerhaft eine geringe Menge Mana, wodurch sich die Regeneration von Mana verlangsamt oder der Magier sogar ständig Mana verliert. Zu euren Dienst! Wenn dem Magier kein Mana mehr zur Verfügung steht, sterben die Diener. Unverzüglich! So, nächstes der, dann die Statue. Das sind übrigens auch alle Statuen von den Monumenten der verschiedenen Völker. Also da Zwerg, da auch... Wenn Sie mehrere Einheiten selektiert haben, können Sie unten links im Selektionsfenster einzelne Einheiten bzw. Einheitentypen anklicken und sie damit doppelt selektieren. Wenn Sie jetzt weitere Kommandos geben, zum Beispiel die Einheit an einen anderen Ort schicken, dann gilt dieses Kommando nur für die doppelt selektierten Einheiten. Diese Methode ist sehr komfortabel, um zum Beispiel bestimmte Einheiten aus dem Kampf zu ziehen oder mit Klick entfällt, sehr schnell gezielt verwundete Einheiten zu heilen. In der Aktionsleiste befindet sich auch ein Monumentsymbol. Wenn Sie es mit der linken Maustaste anklicken, können Sie sehr schnell und ohne den Ort zu wechseln Ihre Monumente nacheinander selektieren und neue Einheiten produzieren. Wenn Sie das Monumentsymbol mit der rechten Maustaste anklicken, dann werden die Monumente nacheinander fokussiert. Vorsicht! Sie sind hier! Das heißt, der sichtbare Bildausschnitt bewegt sich zu dem Monument. Auf dem Weg! Und wir sind fast durch eigentlich. Sind auf Feinde gestoßen! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Unverzüglich! Einige Gebäude können Sie bereits bei Spielstart errichten. Andere benötigen vorher das kleine, mittlere oder das große Haupthaus. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Zu Befehl! Einheiten benötigen je nach Typ unterschiedliche Gebäude, um herbeigerufen werden zu können. Zu euren Diensten! Zu Befehl! Außer den erforderlichen Rohstoffen benötigen Sie je nach Rasse eine Schmiede für Stahlwaffen und Metallrüstungen, eine Waffenwerkstatt für Holzwaffen und Lederrüstungen oder ein Magiegebäude für Einheiten mit magischen Fähigkeiten. Die Rune befiehlt. Einige Einheiten benötigen weitere Spezialgebäude. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Ja, das sehen wir aber später noch. Gut, was hat der Zwerg zu sagen? Je öfter Sie einen bestimmten Gegnertyp besiegen, desto weniger Erfahrungspunkte erhalten Sie dafür. Neue Gegnertypen bringen besonders viele Erfahrungspunkte. Befehl verstanden! Sind auf Feinde gestoßen! Ja, so wird sichergestellt, dass wir nicht ständig Gegner grinden. Oh, das ist der Minotauris da oben. Und ja, das hier ist das Dunkelelfenmonument, die Statue. Und das ist das Elfenmonument. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Troll haben wir, glaube ich, auch irgendwo gesehen einen. Mal kurz gucken. Elf. Mensch. Zwerg. Troll. Die von Menschen sind grössigerweise ziemlich die größten. Zu euren Diensten. Unverzüglich. Einige seltene Waffen verfügen über Zauber-Effekte. Diese Effekte können nicht gezielt ausgelöst werden. Sie entfesseln ihre Kraft im Kampf in zufälligen Zeitabständen. Es sind dabei sehr unterschiedliche Effekte möglich. Zum Beispiel gibt es Waffen mit zusätzlichem Feuereffekt oder andere, die dem Feind Lebenspunkte entziehen und dem Besitzer hinzufügen. Wenn Sie die Tab-Taste drücken, wird automatisch der stärkste Feind im sichtbaren Bildausschnitt selektiert. Wenn Sie erneut Tab drücken, werden alle sichtbaren Feinde nacheinander selektiert. So können Sie sehr schnell feindliche Ziele wählen, zum Beispiel für das Click-and-Fight-System. So, dann hören wir uns noch an, was die Menschenstatue zu sagen hat. Sie können bereits in Auftrag gegebene Einheiten an einem Monument nachträglich wieder entfernen oder ändern. Selektieren Sie dazu das Monument und klicken Sie unten links im Selektionsfenster auf die aktuell in Produktion befindliche Einheit oder auf Einheiten in der Warteschlange, um sie zu entfernen. So, das war's. Wir sind durch mit dem Prolog und könnten ihn jetzt durch das Portal beenden. Allerdings würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahmesession, die bald folgen wird. Aber ich denke mal, durch den Prolog habt ihr jetzt einen guten Einblick gehabt, was uns in dem Spiel erwarten wird. Ja. Also, ich speichere jetzt hier mal. Spiel speichern, das Let's Play überschreiben. Ein Spielstand reicht ja vollkommen. Und dann werden wir in der nächsten Folge durch das Portal hier gehen. Zum Beenden des Prologs. Wir haben eine Einheit verloren, ui. Und werden ins Hauptspiel starten. In die Order of Dawn-Kampagne. Also, bis gleich.